Yo Leute, was geht? Mein Name ist Pretty. Willkommen zu einer Folge CSGO Kisten öffnen. Ich habe mir von verschiedenen Kisten einfach mal ein paar Schlüssel geholt. Mal sehen, was da drin ist. Vielleicht ist da ein gutes Zeug drin oder auch einfach nur ein Crap. Aber wir beginnen jetzt schon mal mit der ersten Kiste und das ist Revolver. Bilder öffnen. Drei Stück habe ich. Ich nehme mal die in der Mitte und öffnen wir mal. Mal sehen, was da rauskommt. Vielleicht kriege ich direkt ein Messer, aber ist es nicht. Es ist eine AOG. Ja, schade. Okay, alles klar. Das ist kacke. Gucken wir mal nachher, was wir alles gemacht haben. Oder... Ach komm. Wir müssen mal direkt auf alle. Können wir direkt hier sehen, was wir zurückkriegen haben. Als nächstes machen wir mal eine... Komm. Komm mal zwei. Bild eröffnen. Darauf habe ich ja ein paar. Komm, machen wir mal genau die hier. Da ist da bestimmt irgendwas Gutes drin. Eine MP7. Naja. Ist sie wenigstens... Einsatz erprobt. Oh, oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Jetzt machen wir mal eine Shadow-Kiste. Oh, von denen habe ich nicht so viele. Egal. Oh, die USP würde mir auch gefallen. Aber natürlich kriege ich eine Max-7-Star-Trek. Habe ich mir schon immer gewünscht. Und? Ist da bestimmt auch Einsatz erprobt. Fabrik neu. Oh. Ja. Gut. Könnte besser werden. So. Komm. Jetzt haben wir davon eine. Davon. Die Operation habe ich nur eine. Äh. Ja. Habe ich nur eine. Warten wir gleich mal öffnen. In Übrigen, wenn es im Hintergrund rauscht oder so, es tut mir echt leid. Ich muss noch ein bisschen nachgucken, wie ich das so wegkriege. Und... Ja. Ja, geil. Direkt daneben, was Liedern ist. Oh, Mann. Und die Schlüsse gehen nach und nach weg. Und man kriegt nichts Gutes dabei. Komm, bitte. Wisst ihr? Am besten ist eigentlich, ein Skin so zu kaufen. Aber dieses Gefühl, so für 2,20 Euro eine Schlüssel holen und man kriegt eine Kiste und die öffnet man und ja, und man kriegt was Gutes raus. Ist... schon... gut. Wenn ich irgendwann so selbst ein Messer kriege, habe ich vielleicht mal das Geld wieder raus, was ich damals für die ganzen Kisten bekommen habe. so, eine Glock 18. Okay. Sie, hier ist doch bestimmt Fabrik neu, oder? Minimale Gebrauchspuren. Alles jetzt mal im Ernst. Was ist denn da? Also hier, das? Alles klar. Gefällt mir aber. So, komm. Jetzt machen wir eben wieder Roma, Shadow, Operation. Komm. Shadow. Was kriege ich hier? Eins von... Alles klar. Eins von den drei. Boah. Ja. Mal hängen. Dafür kriege ich die ganze glaube ich Fabrik neu. Oh, nee. Schade. Komm. So, landern. Oh, man. Man sieht das ganze nie an einem vorbeigehen und trotzdem kriegt man den ganzen Bullshit. P250 hätte ich mal bekommen, aber CSGO hat gesagt, nein, kriegst du nicht. Komm. Das Kroma 2. Vielleicht mach ich das noch ein bisschen zu schnell. Ist da so, dass man ab einer bestimmten Zeit nur die Messer kriegt. und eine P250 habe ich schon. Aber naja. Und? Was ist die? Einsatz im Probt. Was ist meine? Ach, äh, das war die falsche hier. Einsatz im Probt. Warum nicht? So, jetzt gehen wir mal hier nach und nach. Behälter öffnen. Schlüssel benutzen. Eine SG08. Jo. Nächste Waffe öffnen. Äh, Kiste öffnen. Das war natürlich extra, ne? Ich wollte wissen, ob die aufpasst. Was ich jetzt nur sage und so, ne? Okay. Okay. Ah, ne Degel. Mann. Den Nutzen. Oh, da ist was, da ist was Pinkes. Was ist Pinkes? Elite Build. Ah. Äh, da. Komm, die machen wir zum Schluss. Ähm, da bist du ja noch nie so viel gespielt gehabt. Oh. Nochmal. Aber die sind ein bisschen kaputter. Die sagt schon so, bald, Adieu. Äh, Schiss kaufen? Nein. 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 Habe ich da gerade Okay. SG 08. Nesco. Oh, aber habe ich gerade Ich hatte vorhin bei der raufgeklickt und dann war es mir so mit Messer kaufen oder nicht? Egal. Ja. Easy würde ich mal sagen. Nur blaue Sachen. Wahrscheinlich nicht. Komm. Nee, nee, nee. Für Tee auslassen. Stadtglück 18. Naja. Komm. Machen wir mal hier so ein paar. Da habe ich für jeden einen speziellen Skin. Komm. Eins hat er probt. Fabrik 9. Natürlich benutzen wir den, ne. So, die habe ich schon. Komm. P90. Benutzen. Benutzen. Diegel. Natürlich auch benutzen. All inclusive. So. Na ja, ein paar Kisten habe ich ja noch, ne. Die wir alle ja öffnen können. Nur nicht heute. Ja. Oder ich könnte auch. Nee. Nee. Kommt. Da kommt eben nur Scheiße raus. Also ich hätte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Alle anderen werde ich nicht benutzen, weil ich versuche einfach nur, weil ich überall einen Skin jetzt mal zu haben. Ich glaube, ich habe noch nie so wirklich schon mal Skins benutzt. Außer meine Hyper Beast. Aber na ja. Mal sehen. Vielleicht möchte ich bald mal wieder einen Kisten öffnen. Müsste mir einfach nur sagen. Vielleicht mache ich das. Wovon wir hier ja gesehen haben. Ich habe noch ein paar Kisten. Ich kann sie gerne öffnen. Und ob ich das heute mache, steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall sage ich dann mal. Ciao. Und wir sehen uns wieder. Euer Pretty. Wir sehen uns wieder. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal.